Mein Name ist Florian von Ahr, ich bin 42 Jahre alt, komme aus Bozen, bin verheiratet und bin Vater von drei kleinen Töchtern. Ich bin Anwalt mit Zulassung in Deutschland und Italien und habe in Rom, London und Frankfurt am Main gearbeitet. Nun bin ich seit acht Jahren wieder in meiner Heimat Südtirol und lebe in Kaltern. Ich liebe unsere Heimat Südtirol so, wie sie ist. Ich möchte, dass wir das bleiben, was wir sind. Deutsche, ladinische und italienische Südtiroler. Mit unseren Vorzügen, mit unseren Fehlern. Das macht uns zu dem, was wir sind. Das macht Südtirol so unverwechselbar. Ich möchte, dass meine Kinder die Heimat so erleben, wie ich sie erlebt habe, wie sie unsere Eltern und Großeltern uns weitergegeben haben. Ich möchte, dass unsere Familien Sicherheit haben. Ich möchte, dass Südtirol ein weltoffenes, einzigartiges, selbstbewusstes Land bleibt. Dafür setze ich mich ein. Mit meiner ganzen Kraft. Rufe, Untertitelung des ZDF, 2020